Elena Ulich, Fritz Karl, Honigsüße Nachrichten nach 16 gemeinsamen Jahren Stolze 16 Jahre führen Elena Ulich und Fritz Karl eine Beziehung miteinander. Nun teilen das Paar eine alles verändernde Nachricht mit. Sie hatte selbst schon nicht mehr damit gerechnet, nach 16 Jahren Beziehung hat Elena Ulich von Fritz Karl einen Heiratsantrag bekommen. Er hat mich gefragt und mir einen Ring überreicht, erzählte die Schauspielerin auf Instagram. Elena Ulich und Fritz Karl wollen heiraten. Eine riesige Überraschung, denn bislang lebten die beiden stets nach dem Motto, vier gemeinsame Kinder, zwei Töchter, zwei Söhne, verbinden viel mehr als ein Trauschein. Wohl auch deshalb, weil Herr Karl, wie Elena ihren Liebsten nennt, lange nicht geschieden war von Ehefrau Christine, mit der er drei bereits erwachsene Söhne hat. Wann genau geheiratet werden soll, will sie noch nicht verraten. Nur so viel. Es wird ein besonderes Fest werden. Für Elena Ulich ein weiteres Puzzleteil des großen Glücks, das sie gerade erlebt. Beruflich ist sie erfolgreicher denn je, und auch ihre gesundheitlichen Probleme scheint sie gerade in den Griff zu bekommen. Nach einer schmerzhaften chronischen Darmentzündung hat sie ihre Ernährung umgestellt und fühlt sich endlich wieder gut. Die Krankheit brachte sie sogar auf die Idee zu einem neuen Talk auf Social Media. Ulichs Darmwelt, zusammen durch Dickdünn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020